72,2 Kilogramm! 72,2 Kilogramm! 72,2 Kilogramm! Steh doch noch einmal hier beim Frohn Logo! Jungs, Frohn Logo! Komm, Jungs! Okay, Jungs, alles gut! Frey, wir müssen die Waagebilder gleich noch einmal machen. Haben die nicht gemacht. Weil die so Adrenalin im Kopf hatten, dass sie gleich von der Waage runter sind. Ach so? Wer, wer? Beide gleich. Sie sind jetzt schon im Torsten. Ja, ja. Könnt ihr einmal kurz auf die Waage gehen? Geh mal ein bisschen zu sein. Gut. Nächste. Damian? Kampf Nummer 16. Johannes Michalik! Ja! 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 Ja!